Hallo, mein Name ist Julia, das ist meine Quarantina. Ich konnte das Haus nicht verlassen. Ich habe aus der Veran studiert. Ich ging mit meinem Main zu Hause. Ich bewunderte Frühling. Ich habe den Mnangat gefeiert. Und Ostern. Ich habe mit dem Hund gespielt. Ich habe gelernt. Und ich habe mit meinem Hund geschlafen. Ich habe Filme gesehen. Ich habe den Sonnenaufgang bewahrtet. Ich habe Kartons gespielt. Ich habe den Sonnenaufgang bewahrtet. Ich habe den Sonnenaufgang bewahrt. Und ich habe da mein Sonnenaufgang erwähnt. Ich habe den Sonnenaufgang gebracht. Ich habe den Sonnenaufgang bewahrt. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020